Und da sage ich auch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider Ciao Boah Alter Voll weggesnackt das Ding Okay, so. Habe ich den jetzt eigentlich schön in den Ass genommen? Mehr Ding, groß Jo War grad verwirrt Ja da oben ist auch ein Nest, da können wir auch drauf schießen, ne? Dann fällt das runter Und dann können wir das einsammeln Also theoretisch Du musst halt nur da hoch, ja genau Und dann springst du da rüber Und dann da drauf und dann springen wir da rüber Oh, halt Durchziehen Und Jetzt muss ich ganz kurz überlegen Habe ich auf der Map irgendwas zu sehen? Achso wir sehen ja noch irgendwas Was ist denn da hinten? Eine Forschertasche Forschungstasche Dann markieren wir die mal Jetzt weiß ich nicht ob das da genau oder das noch geglittert Ein Überlebenssektor ist in der Nähe Finden Sie den richtigen Ort um das Versteck auszugraben Eifriger Lerner Von graben Überlebensverstecke enthalten Auswahl in Ressourcen Jawoll Oh Nicht so geil, aber okay Also der Sprung war nicht so geil Dann gehts ja hoch Achja hier müssen wir auch sammeln Wir müssen einfach alles sammeln Bis die Taschen voll sind Das ist ganz gut Er hat das Spiel ja nicht nochmal programmiert Ich habe es vergessen Können wir auch rüber fahren Also rutschen Die guten Überlebenssitzung Da drüben ist ein Nest Da ist bestimmt auch was Da müssen wir mal kurz gucken Ob wir da hoch kommen Genau hier ist eine Dose Und was ist das? Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen Als Abgesandter des Trinity Ordens Ihr Kahn ist ein großer Kriegsherr Wenn er auch Heide ist Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt Städte verbrannt und Prinzen getötet Immer auf der Suche nach den Propheten Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karten Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen Sahen wir Gebäude in einem grünen Tal Umgeben von Eis Wir haben Kitesh gefunden Ich erzähle dem Kahn von den Reichtümern, die ihn erwarten Und das treibt ihn an Aber der wahre Sieg wird Gott gehören Wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilten Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören Na sicher Genghis Kahn Welchen Kahn meint er denn? Ist ja Das war ja der Titte, sag ich mal War ja Kahn Groß Kahn Da unten ist wieder ein Ich hab dir vor den Headshot gegeben Okay In dem Fall vielleicht auch nicht Oh Eine Krone Von einem der Prinzen von Kiew Wie ist sie bloß hierher gelangt? Hier Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen Ja Kiew Wladimirskrone Jetzt kommen wir mongolisch Jawoll Das ist nämlich wichtig Weil ja Das so ist Können wir die nämlich übersetzen Die Einschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf Aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen Münzverstecke entdeckt Jawoll Das ist auch eine Höhle kann das sein Äußerst interessant Das ist auch was wir ja Seil ähm Seile ähm Teile machen Karte aktualisiert Jawoll Hier sind zwar verschiedene Da oben sind Münzverstecker Die kümmereien. Aber da sind... Äh, nüsste Waffe ausspringen und... Achso. Ne, wie kann ich denn meine Pistole ziehen? Ähm... Ne, hab ich ein Waffenrot? Hätte ich nicht irgendwie so ein Waffenrot? Ich könnte doch irgendwie so ein Waffenrot aussuchen, ne? Ähm... Ja, das ist ja der Bogen. Aber ich könnte doch irgendwie... Wie könnte ich denn... Wie könnte ich denn das Waffenrot aufrufen? Wenn man das mal so eher sagen... Ja, ne, ist klar. Warte mal. Ähm, Option. Controller. Ne, halt, hast du zu dem Maus oben. Äh... Tastenzuweisung. Überleben, Nahkampf. Primäre Alternative von den Zielen. Ja, logisch. Zug nachladen. Nächste Waffe auswählen. Pistole auswählen. Zwei. Oder haben wir die Pistole verloren? Wir haben gar keine Pistole mehr, nehme ich an. Ach, scheiße. Na ja, ist egal. Ja, okay. Funktioniert doch nicht. Ach, hier haben wir noch Erz. Guck mal. Ja. Magnesiderz. Stellen Sie aus Magnesiderz spezielle Schroßfinitionen und Sprengladungen her. Jawohl. This is how we do it. This is how we do it. Oh. Au. Oder? Ist das hier unten? Oder ist das da oben? Ja, können wir natürlich so nicht hoch, klar. Dann ist das hier oben. Ne, das ist da unten. Ne, hier vorne. Also. Okay. Man hört das immer in diesem... Ding. Ich will das mal ganz kurz alles einsammeln. Weil wir brauchen diese Münzen definitiv. Das lebt immer noch. Ich dachte, der geht irgendwann drauf. Ist doch kacke. Geht? Doch. Ach, das war hier. Okay. Wunderbar. Davon brauchen wir auch, glaube ich, relativ viel. Wenn man es genau nimmt. So, okay. Wir haben hier wieder einen Punkt gekriegt. Da möchte ich ganz kurz mal schauen. Beim Überleben. Hier müssen wir dann sieben weiter... Ei, ei, ei. Finden Sie über Lebensinstinkte leichte Herausforderungsobjekte. Das machen wir auch mal. Dann brauchen wir nämlich nicht so viele Pfeile herstellen. Okay. Was brauchen wir denn hier eigentlich alles? Achso, okay. Achso, halt. Ich muss den ja noch blündern. Zweimal Fell. Jawoll. So, hier ist auch noch eine Höhle. Die ist bestimmt aber wieder versperrt, nehme ich mal. Achso, halt. Da hinten. Jawoll. Das tut mir leid, aber das musste sein. Da. Hier habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber... Jetzt. Okay. Können wir die Pilze sammeln? Dann fliegen Pilze, glaube ich. Die sind bestimmt Wilf, oder? Ne. Aber Erz. Gut. Das ist immer gut, Erz ist immer Tab. Gewaltig, aber förmlich die E-Taste. Diese Dornen kann man doch bestimmt später abbrennen. Die sehen so präsentiert dafür aus. Die liegt auch noch in einer Rolle. Eine Schriftrolle. Und ein Tod an. Der Prophet und seine Anhänger sind dem Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihnen Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihnen geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe, oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Tja, das ist es wieder. Aber halt keine Pistole. Ja, wow. Okay, so. Wegpunkte setzen. Das müsste eigentlich... Okay, das ist direkt hier um das Eck. Achso, ich muss das auch gar nicht festhalten. Was habe ich denn hier eigentlich für eine Herausforderung? Gibt es hier eine Herausforderung? Es gibt ja immer Herausforderungen, oder? Wir müssen einfach nur Leichen finden. Aber das ist ja easy. Huch. Warte um. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall auf Bäume klettern. Ja, ja. Wir verlangen uns nicht behindert, einige Aktionen. In der Tat. Ich hab' gesagt... GERALD'S GESCHLER Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten... Störungen. Was ist das? Aufs Mauer! Das war Bärnstark! Das war Bärnstark! Ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Ich muss die Wunde verbinden. Ja. Heilende Ressourcen. Da müssen Kräuter und Stoff um heilende Salme anzustellen. Ah, der hat uns erwischt. Ja, ganz toll. Deswegen klebt auch Blut an meinem Bildschirm. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich finde, dass du das weißt. Ich brauche einen Verband. Was ist denn das da? Das sieht nützlich aus. Nimm das mal. Nein. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Asterl und Trinity da unten. Müsste reichen. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei.